Hallo meine Lieben, heute sind wir im Carrot, in einem veganen Bistol und da werden wir uns heute ganz leckere Sachen schmecken lassen. Kommt mit mit uns! So, Melissa hat jetzt ihre Bowl bekommen mit Falafel, Hummus und Avocados und Panini. Und jetzt ist meine Pizza gekommen, eine Barbecue Pizza, die gibt es auch ganz jährlich. So eine Panini Creme, sehr sehr lecker, köstlich. Okay, dann können wir jetzt essen. Mhh, es schmeckt köstlich. And it really smells heavenly. Und Melissa hat einen veganen Burger, der sieht auch sehr gut aus und wirklich groß, riesen Portionen. Wir haben heute einen guten Gericht gemacht. So, jetzt sind wir mit unserer Nachspeise. Ein Tiramisu. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Bis jetzt war alles ganz, ganz, ganz köstlich. Und Melissa ist ja normalerweise nicht vegan, aber sie sagt, man hat nicht gemerkt, dass das veganes Essen ist. Also es war auch sehr geschmackvoll. So, so wundervid. So wundervid. So wundervid.